Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu den Algorithmen und Datenstrukturen. Heute geht es, wie versprochen, um das Einfügen in eine Skiplist. Wir wollen uns das Ganze mal veranschaulichen. So, also im Endeffekt ist es gar nicht so kompliziert. Im Endeffekt habe ich euch auch schon quasi ein bisschen gespoilert. Das tut mir sehr leid. Aber nehmen wir jetzt einfach mal an, wir wollen das neue Element Nummer 43 einfügen. Dann überprüfen wir zuallererst, ist denn 43 kleiner als 7? Nö. Also, was machen wir? Wir überprüfen, ob das Element kleiner als 1337 ist, weil das quasi der nächste Punkt in unserer Express Lane und zwar ganz oben ist. Das heißt, wir fangen ganz, ganz oben in unserer Express Lane an. So, als nächstes gehen wir eins tiefer und wir nehmen direkt den Pfad. Und wir wissen ja schon, dass das Element größer ist als das, was wir hier hatten. Weil wir haben ja hier oben schon überprüft, ob 43 kleiner ist als 7. Da kam ein Nein bei raus. Das bedeutet, was wir hier machen ist, wir sehen hier, wir müssen bei der 7 nicht nur mal überprüfen. Wir gehen ja, das ist ja wirklich zwangsläufig dasselbe Element, also nicht derselbe Wert, sondern wirklich dasselbe Element hier in diesem Fall sogar, das wir hier meinen. Also, hier haben wir zwei verschiedene 7er, aber hier haben wir einfach wirklich dieselbe 7, ist hier gemeint, okay? Die verweisen ja immer auf ihr jeweils niedriges Element, das ohne Wertung jetzt. Genau, also überprüfen wir direkt, ob die 43 kleiner ist als 14 und dann gehen wir eins weiter und überprüfen, ob die 43 kleiner ist als 1337 und dann gehen wir direkt wieder eine Ebene tiefer. Wir überprüfen, ob 43 kleiner ist als 42, was es offensichtlich auch wieder nicht ist und dann gehen wir hierher und hier ist jetzt offensichtlich 73 kleiner als 78. Ja, und was wir dann machen, ist eigentlich, ob wir es, wir schieben dieses Element da rein. So, wenn das Element jetzt hier drin ist, Achtung, dann sind wir noch nicht fertig, denn die Skiplist ist eine probabilistische Datenstruktur. Und das ist auch genau der Grund, warum wir hier eine probabilistische Datenstruktur haben und das Ganze nicht mit einer festen Anzahl an Elementen machen. Und da will ich jetzt noch ein kleines bisschen drauf eingehen. Und zwar, erstmal fügen wir das Element fertig ein, okay? Das heißt, wir würfeln, ja? Wir sagen hier, wir nutzen unseren vierseitigen Würfel, also quasi wieder 25% Chance, wie immer, weil P fest ist. Und wir fügen das Ding ein und ja, dann haben wir genau das hier, nämlich ein neues Element und zwar die 43 in der Skiplist oben drüber. Also nehmen wir jetzt auch mal an, wir haben hier quasi Glück gehabt und das Element wird eingefügt. Und dann verlinken wir das Ganze quasi einfach so, wie wir es brauchen. Das heißt, die 14 verweist nicht mehr auf das letzte Element, sondern auf die 43 und die 43 weist auf das letzte Element, auf das die 14 vorher verwiesen hat. Und sie verweist gleichzeitig noch auf sich selbst in der untersten Liste. Dann würfeln wir wieder und fügen eventuell das Element noch in die oberste Liste ein. In unserem Fall tun wir das aber nicht, weil wir Glück hatten und es nicht eingefügt wurde. So, und jetzt ist natürlich hier immer die Preisfrage. Warum eigentlich probabilistisch und warum nicht deterministisch, indem wir hier einfach sagen, wir haben jedes dritte Element wird oben eingefügt, ja? Oder von mir aus jedes vierte Element wird oben eingefügt. Nun, der Grund ist absolut simpel. Wenn wir jetzt hier sagen würden, wir hätten jedes dritte Element oder nehmen wir jetzt mal einfach für die Einfachheit hier jedes zweite Element, okay? Damit ich es euch hier bei dieser sehr, sehr geringen Anzahl an Elementen auch gut zeigen kann. Also wir haben jedes zweite Element, was wir oben einfügen. Dann hätten wir dieses Element hier nicht. Dieses Element müssten wir einfügen. So, das dürft ihr euch hier mal vorstellen. Das Element nicht, das Element wird oben eingefügt, das hier nicht, das wird eingefügt. So, das heißt, wir haben die 8, die 42 und die 78, wenn die 43 schon drin ist. So, und jetzt fügen wir ein neues Element ein. Jetzt sagen wir einfach mal, wir fügen noch eine 8 ein, okay? Und das heißt, wir fügen die 8 logischerweise hier ein, nach dieser anderen 8. Bitte bedenkt, die 8 und die 42 sind oben drin. Wenn wir jetzt die 8 eingefügt haben, naja, dann brauchen wir plötzlich die 42 nicht mehr, sondern die 14 und die 42 nicht mehr, dafür die 43 und die 78 nicht mehr. So, und das Problem ist, im Endeffekt, wir müssen jede Liste oben drüber komplett neu generieren, ab dem Element, was wir eingefügt haben. Sprich, im schlimmsten Fall, wenn wir direkt hier vorne ein Element einfügen, dann müssen wir komplett alle Listen oben drüber neu generieren. Also, diese Skiplist oder diese Expresslane, diese Expresslane und die 128.000, die eventuell oben drüber kommen, müssen wir auch noch neu generieren. Und dadurch wird die Skiplist beim Einfügen einfach zu einem riesigen Bottleneck. Und deswegen hat man gesagt, das darf auf gar keinen Fall deterministisch sein, sondern muss probabilistisch sein. Das heißt, uns ist einfach völlig egal, was die anderen Elemente tun. Wir würfeln einfach für jedes Element. Dadurch verlieren wir vielleicht ein kleines bisschen Performance, aber im Durchschnitt haben wir denselben Wert rausbekommen. Und dieselbe, naja, dieselbe Schnelligkeit eigentlich, wie wenn wir das Ganze gehabt hätten. Das ist jetzt tatsächlich eine Datenstruktur, die sich mehr oder weniger auf die Theorie optimiert, weil wir natürlich diese 1 durch P-Faktoren wegoptimieren können, weil wir einfach annehmen, dass es so ist. Aber, naja, in Wahrheit ist es halt einfach nur per Zufall. Das heißt, es gibt halt immer ein Average Case, ein Durchschnittsfall und ein Worst Case. Und der Worst Case ist halt natürlich deutlich schlechter, wie wenn wir das deterministisch machen würden. Aber dafür können wir uns sicher sein, dass beim Einfügen nicht ein riesiges Bottleneck aufkommt. Und ja, wir können eigentlich so relativ schnell das Ganze machen. Und wie gesagt, solche Skip-Listen halten sich auch automatisch selbst sortiert. Das heißt, wenn wir was einfügen, ist es danach natürlich sortiert eingefügt und nicht einfach hintendran eingefügt, wie man das beim normalen Listen sozusagen kennenlernt. Ja, und alles in allem ist das eine relativ effiziente sortierte Datenstruktur. Aber hier hat man natürlich jetzt den großen Vorteil, dass das einfach probabilistisch ist und nicht mehr deterministisch. Wie gesagt, die Vorteile habe ich euch gerade erklärt. Gut, ja, das war es von meiner Seite wieder mal. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.